Wir sind jetzt hier in Mötzingen bei der Firma Schotterweck Johannes Mayer. Das ist unser Kernbetrieb. Wir haben hier am Standort ca. 30 Mitarbeiter. Vorzugsweise unser Hauptbetrieb ist die Gewinnung von Steinen im weitesten Sinne. Wir sind hier im oberen Muschelkeil und der wird hier aufbereitet, also der wird gesprengt, der wird dann geladen und gefördert, gebrochen, nachbereitet und dann halt eben im näheren Umfeld hier in der Umgebung wird der verkauft. Wir haben ganz speziell nach Fahrzeugen gesucht, die im Grunde genommen diesen harten Anforderungen, die wir hier am Standort haben, gerecht werden. Das Problem ist halt eben bei einer derart großen Betriebsfläche, dass wir sehr lange Wege zurückzulegen haben. Also wir haben Wege bis zu fünf Kilometer Entfernung, die sind per Fuß kaum zu erreichen. Deswegen war klar, es geht um die Mobilität unserer Mitarbeiter, eben ihre Maschinen zu erreichen und da war halt der Hauptanspruch, dass der diesem harten Einsatz hier im Gestein mehr oder weniger gerecht wird. Die Fahrzeuge wurde in 2020 angeschafft. Wir haben uns da für insgesamt drei Maschinen von Kubota entschieden. Wir haben auch Maschinen, die jetzt aktuell schon deutlich über 1000 Stunden, Betriebsstunden hinter sich haben. Wir haben mit den Maschinen keinerlei Probleme. Also die Reparaturanfälligkeit ist nicht gegeben. Wir haben keine Auffälligkeiten und sind insgesamt sehr zufrieden mit der Lösung, die wir da gefunden haben. Letztendlich hat man sich natürlich jetzt nicht für irgendwelche herkömmliche Geländenwerke entschieden, weil man halt eben auch gesagt hat, okay, wir wollten unseren Leuten auch einen gewissen Funfaktor eben mit diesen Maschinen bieten. Das tun die. Die kommen überall durch. Insgesamt sehen die Maschinen mit ihren Reifen ja etwas knuffiger aus als eben irgendwelche herkömmlichen. Ja, man kann einfach so schon sagen, dass es riesen Spaß macht, mit denen halt eben durch den Steinbruch zu fetzen. Ja, das macht schon richtig Laune halt eben. Neben der reinen Bewegung halt eben durch den Steinbruch, dass man auch sagen kann, okay, man hat auch ein bisschen was davon. Wir nutzen die Fahrzeuge sicher vorzugsweise mal für die Mobilität in welchem Sinne, aber wenn wir Schäden haben an Maschinen und besten dann in rein etwas unwegsamerem Gelände, das kann man glaube ich schon für den Steinbruch in Anspruch nehmen, haben wir hier die Möglichkeit, mit kleineren Maschinen und auch Ersatzteilen Gleichversorgung vor Ort zu leisten, sodass die Maschine zumindest vor Ort gangbar gemacht werden kann, um sie dann von dort weg zu bewegen und gegebenenfalls dann in die Werkstatt zu verbringen. Wir haben die Maschinen natürlich auch nach dem Kriterium der Bedienungsfähigkeit letztendlich ausgewählt. Das war a robuste Technik und b simpel zu bedienen. Die Erfahrung hat gezeigt in den letzten zwei Jahren, dass sie all unseren Anforderungen gerecht werden. Die RTVs erfüllen genau das, was wir als Katalog sozusagen an sie formuliert hatten und wir werden auch zukünftig auf diese Maschinen zurückgreifen.